Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Crash, Naschere Mutanten, ganz genau. In dem letzten Part, haben wir ja nie bekommen. Wir sind in der Wüste und müssen ins Rhinoroller-Dorf gewangen. Aber wer hätte das gedacht, wenn Rhinoroller-Dorf kommt? Womit wir dann das Tor zur Schule öffnen können. Oh, wie nett. Danke, Spiel. Ich hab den nämlich nicht mehr recht geguckt haben. So geht das aber kaputt? Okay. Wir haben das Go-Bomit doch. Überall. Okay. kann ich klettern aber jetzt gibt es noch oder das ist das ist das ist das ist der druck okay ja ich meine mit zu bezeichnen soll zwiebeln auch eine mit das sieht aus wie der weg vielen dank Nein, nicht ernst gemeint. Hm, jetzt muss ich nach einer Üblichkeit um down zu gehen. Der tue das. Oder? Warte, der ist größer. Der kommt dahin. Ich werde nur wissen, was da ist. Hups, hups. Da, ha, ha, ha. Ihr dachtet, ich komme hier nicht mehr hoch. Was? Zum Teufel. Wies. 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 Oh, danke. Ich komme hoch. Aber ganz knapp. Oh, ihr dachtet schon, ich komme doch nicht mehr hoch. Oh, ihr dachtet schon, ich komme doch nicht mehr hoch. Okay. Spätestens hier geht es nicht weiter. Alles klar. Ah. Na, Kürzung. Dankeschön. Spät. Nein, 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 nein. Danke. Ich komme. Ich komme. ich habe mich gerade versucht diese plattform dann habe ich herausgefunden dass sie sich bewegt und ich zu langsam okay ich bin sonst hier kann er nicht damit was wahrscheinlich mit schützen es ist nicht so viel zu oh mein gott was zum teufel ein kampf wir haben sie gefunden ich habe noch meine geheimnisse gegen bis zum feine was wir sehen können damit wir den teilen ist ja ihr seht richtig das ist ein das ist neu dass der jetzt komplett eingeholt bleibt deswegen gar nicht anders die ganze zeit und wir haben was kaputt und die also kommt ja auch da gut Ich glaube jetzt bestimmt nicht mehr zu kontrollieren, dass alles was wir da hätten wurden können. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir noch mal da sind, dann kann ich bitte jetzt da hoch. Nicht so beruflich. Was ist das für ein bisschen... Was ist das für ein bisschen was für ein bisschen was für ein bisschen was für ein bisschen zu jetzt aber. Quallend. Ich war froh, dass ich da oben war. Danke. Los, wir bringen diesen Roller zum Wumperdorf zurück. Okay. Ich wollte ja eigentlich speichern. Ich wollte speichern. Nicht das. Ich bin doch schnell, damit ich überhaupt stehen kann. So. Wir haben den Roller, damit müssen wir zurück. Ganz genau. Oh je. Das ist schwerer zu kontrollieren. Weil jetzt eine Kugel ist. Also nur noch eine Kugel. Aber seht ihr, kann auch solche Bahnen entlang kreuen. Und sowas haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Ich weiß auch wo. Wir haben ja einen Kugel in die Kugel. Ich kann doch nur an der Kugel. Wir müssen jetzt auch an der Kugel gehen. Ich bin ja noch ein Kugel. 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 um einen roller abrupt anzuhalten drückst du dir 1 taste eine vollbremsung kann verhindern dass du von einem vorsprung fälscht hast du auch hier gibt es nur ganz genau wenn wir hier gegen rollen dann können wir die entscheidung werden es genau so können wir auch das tor ja gibt mal einen neuen das ist sehr ausgelockt Ich muss klar, ich stehe mich. Ich bin sie weg. Ich bin weg. Was macht der hier? Dreieck, 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 Dreieck... DREIECK! DREIECK! Oha Zuck Warte Und weg Ein Roller kann dich in den Schildringern an die deine Feinde nicht gelangen. Er kann Rollerschalter aktivieren und durch steile Kurven rassen. Ganz genau. Ist sowieso viel pur. Was hat was? Kann ich wieder schlau eingesetzt werden. Jetzt sind wir oben, wir sollten uns runterfallen. Sonst können wir noch mal den ganzen Weg latschen. Oh my god. Es gibt das Surfen nicht mehr. Von Crash mit Aquago. Aber dafür gibt es jetzt das hier. Kaktil wegmachen. Oh my god. So das ist der Deal. Nein! Oh Gott! Wir haben es geschafft! Es war schon schwer, warum? Oh mein Gott! Eine echte Obenfurt! Wüste! Ganz genau! Oh mein Gott! Ein riesiges Wüstengebiet. Wo wir suchen können, bis der Arzt kommt nach Schlüsseln. Und ich glaube auch Puppen. Ja, und wir los. Da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Okay. Oh, ich bin zu schnell. Gut. Ich würde gerade sagen, wir müssen so einsamen können. Und schau mal auf. Oh, wir müssen so einsamen. Oh, wir müssen die Schlüssel zu machen. Das ist die Schlüssel. Ich habe nur einen Schlüssel. Dann bin ich hier oben da. Okay. Danke. Jetzt kriegen sie weg. Danke. Wisst ihr, dass das fiese ist? Muss ich Schlüsselbass? Ohne. Okay, ich hab ihn. Ich muss ihn nur noch kriegen. Danke. Wir haben alle. Und damit ist das Tor geöffnet und wir können weiter. Und nein, Junge, keine Flügel verstärkt. Was ist das Tor? Ist das Tor? Nein. Okay. Okay. Weiter. Was zum Teufel? Das ist dunkel. Kann ich ja einfach runter? Was ist das Tor? Hier ist ein Boden. Noi, da ist es nur noch. Warum ist das Tor? ich weiß nicht ich habe alle ziele das bringt mir eine heiße sache 255 ok ich würde jetzt gerne wieder also wir können die regierung oder auch abdrehen sie mit der 1 was ist das schlau? ist das schlau? was ist das? ein teaser ganz genau was hier ist sehen wir den nächsten part also schaltet mir einen daumen hoch wenn es gefallen hat und meinung in die kommentare bis nächstes mal bis dahin schau 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 schau